Web Development wird sich grundlegend ändern in den nächsten paar Monaten oder hat sich für viele auch schon geändert, wenn wir mal ehrlich sind. Normalerweise war der Prozess immer folgender. Jemand erstellt aufwendige Designs oder Designideen basierend auf dem, was der Stakeholder für ihn vorschlägt oder an Features haben möchte. Diese ganzen Ideen werden dann in einen Mock-up gegossen. Das ist das, was wir hier zum Beispiel gerade sehen. So eine Website zu Mock-uppen kann dann schon mal durchaus einige Wochen dauern. Und dieses Mock-up, wenn es dann mal fertig ist, kann dann auch wieder weitergegeben werden an den Entwickler, der darauf basierend Code schreibt. Aktuell haben wir folgende Situation. Solche Mock-ups kann ich innerhalb von Minuten mit Mid-Journey erstellen, wenn ich die richtigen Prompts dafür baue. Und wir sehen hier, natürlich kann ich hier noch ein bisschen mehr verfeinern, aber grundsätzlich, wenn wir die ganzen Videos, die wir schon gemacht haben, uns angucken, weiß man eigentlich schon, was alles möglich ist und wie detailliert man da vorgehen kann. Chat-GPT bzw. GPT-4 kann zum Zeitpunkt, wo ich das hier aufnehme, noch nicht mit Bildern umgehen. Das ist aber etwas, was GPT-4 grundsätzlich kann. Das heißt, GPT-4 wird in naher Zukunft dann wahrscheinlich in der Lage sein, aus so einem Mock-up wirklich eine richtige Website programmieren zu können. Coden kann es ja jetzt schon relativ gut. Und den Teil kann ich euch natürlich jetzt noch nicht zeigen, aber das ist etwas, was ich in den nächsten paar Monaten erwarte. Und deswegen schauen wir uns jetzt mal hier ganz kurz das an. Wie kann ich eigentlich solche Mock-ups generieren? Also, zunächst einmal, das hier ist ein Mock-up für die Academy als Beispiel jetzt einfach mal, weil das so ein Anwendungsfall ist, den ich immer mal wieder habe. Und natürlich muss man sich hier überlegen, welche Teile der Webseite man mock-upen möchte. Das gibt verschiedene Mock-ups für das Login, für den Skilltree in meinem Fall und so weiter und so fort. Ich weiß jetzt nicht, wer von euch die Webseite kennt, also die Bootstrap Academy kennt. Deswegen, hier ist sie einmal. Wir hätten ein Mock-up der Startseite gebrauchen können. Wir hätten ein Mock-up des Skilltrees brauchen können. Die eigentliche Funktionalität fehlt dann natürlich noch. Und der Skilltree muss natürlich auch durchdacht werden. Aber es geht beim Mock-up erstmal nur darum, wie könnte so ein Design überhaupt aussehen? Wie könnte man so etwas darstellen? Und ich habe sehr lange überlegt, wie ich so einen Skilltree wirklich darstellen kann, beziehungsweise wie das auch sinnvoll ist. Also wenn man hier reingeht, braucht man natürlich nochmal einen Unter-Skilltree. Und der kann dann durchaus mal ein bisschen komplexer werden. Für die Leute, die die Bootstrap Academy nicht kennen, ihr könnt auf der Academy wirklich quasi ein komplettes Informatikstudium nachholen oder aufholen oder nebenbei machen, gönnt euch einfach mal. So, was ich jetzt hier eingegeben habe, war in diesem Fall Web Design for an Online Academy, Gamification, Skilltree, Programming Courses, Modern, Cyber, Beautiful und natürlich Version 5. Was dabei rausgekommen ist, ist natürlich so ein bisschen, ja, nicht unbedingt das, was ich erwartet hätte. Jetzt ist das kleiner geworden. Hier oben sehen wir, dass einmal der Skilltree als Tree identifiziert wurde. Das sehen wir hier. Hier sehen wir auch, der Skilltree wurde als Tree identifiziert. Hier unten allerdings nicht. Das heißt, ich müsste wahrscheinlich noch ein bisschen mehr in Richtung diesem Level-System gehen, diese Cyber-Elemente betonen und vielleicht weniger mit diesem hier oder diesem Bäum hier arbeiten. Grundsätzlich ist aber Web Design for bla 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 immer eine sehr, sehr gute Idee, um damit anzufangen. Ich habe das Ganze hier nochmal gemacht und hier noch ein paar Tipps für euch. Wenn ihr eine nicht mobile Seite entwerft, also eine Desktop-Seite entwerft, dann ist hier die Aspekt-Ratio 3 zu 2 wirklich sehr, sehr gut, um ein Mockup zu generieren. Es kommt häufiger mal vor, dass wir solche komischen Mockups hier haben, dass die einfach irgendwie flach rumliegen. Das passiert einfach mal, dann einfach nochmal neu generieren. Hier haben wir zwei Mockups nebeneinander, kann natürlich auch passieren, könnt ihr aber auch einfach nochmal neu generieren. Hier unten sehen wir wieder, dass die Trees ein bisschen zu wörtlich genommen wurden, aber am Ende kriegen wir so eine Mixtur aus allem drum und dran. Und hier muss man natürlich dazu sagen, nehmt gerne die einzelnen Elemente und baut die in Photoshop zum Beispiel zusammen. Eine wichtige Sache ist natürlich auch, wir sehen hier sowas wie Trup Casuar Grom oder Ed Repike oder es hört sich nach Latein an ehrlich gesagt oder Stub Geff, irgendwelche komischen Schriftarten einfach. Es ist klar, dass auf einer Website Schrift ist, aber es sollte auch klar sein, dass Midjourney nicht zum Texte generieren gedacht ist. Midjourney kann buchstabenähnliche Dinge bauen, aber eigentlich könnt ihr davon ausgehen, dass das hier sowieso in jedem Mockup erstmal nur Platzhaltertext wäre und ihr dementsprechend eigentlich gar keine Mockup-Texte braucht, sondern die sowieso generieren lassen könnt. Und selbstverständlich könnt ihr diese Mockup-Texte auch von ChatGPT programmieren lassen oder erstellen lassen. Ich habe das Ganze hier jetzt nochmal ein bisschen überarbeitet und habe mich ein bisschen wegbewegt von dem Skill-Tree, sondern eher in Richtung Gamification und Level und Challenge und Programming-Courses bewegt. Und siehe da, die Inhalte sind dann doch schon ein bisschen beeindruckender geworden. Und so ein Design hätte für die Academy durchaus auch möglich sein können. Wir wollten natürlich sowas wie ein Skill-Tree eben haben, aber grundsätzlich könnte man das auch wählen, dass man hier drauf geht und dann wird das weitergeleitet. Es stand sogar mal tatsächlich bei uns zur Debatte. Und ja, hier kann man eigentlich sagen, okay, wenn wir das so machen, wir können uns die einzelnen Teile unserer Webseite im Vorfeld überlegen. Das können wir zum Beispiel mit ChatGPT machen, welche Bereiche braucht eigentlich meine Webseite. Und dann können wir zu den jeweiligen Bereichen eben so ein Mockup generieren lassen in dem selben Farbschema zum Beispiel. Ihr könnt auch ein Farbschema anbieten, dem ihr hier die Farben mit angibt, also welche Farben hier reinkommen sollen, zum Beispiel eben Webdesign for bla 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 und dann einfach Pink and Blue Colors. Oder ihr gebt sogar eine richtige Farbpalette als Bild mit rein. Ihr erinnert euch an das Tutorial, wo wir uns angeguckt haben, wie wir Bilder mit reingeben können. Ihr könnt da auch Farbpaletten mit reingeben. Um diese komischen Verzweigungen hier zu vermeiden, also dieses komische Hin- und Herdrehen, können wir vielleicht aber auch noch eine Kleinigkeit hier ändern. Und das ist auch noch ein Tipp, den ich euch mitgeben möchte. Kein Shading, kein Realismus, das ist schon mal ganz gut. Aber wir wollen auch zum Beispiel kein Computer sehen. Wir wollen kein Windows sehen. Äh, Window sehen. Wir wollen kein Device sehen. Wir wollen aber auch keine Rotation sehen. Oder keine Perspektive. Ja, keine Perspektive sehen. Und das geben wir einfach noch alles mit rein. So schließen wir quasi den Teil hauptsächlich aus. Natürlich funktioniert das auch nicht immer. Wie gesagt, das ist eine KI, die versucht irgendwie so ein bisschen zu assoziieren. Und Stockfotos sehen leider häufig so aus, dass sie irgendwie die Webseite so drehen, wie sie sie eben drehen. So, und dann haben wir es eigentlich auch schon soweit. Also das hier fällt natürlich mal wieder raus. Hier sieht man sogar den Mini-Mac im Hintergrund und hier irgendein Tablet oder so. Aber diese Optionen hier sind durchaus machbar. Also ich meine, klar, natürlich müsste man die einzelnen Bilder ersetzen. Natürlich müsste man die einzelnen Parts ersetzen der Website. Aber hier oben sieht man sogar schon sowas wie Courses oder so, was durchaus ein Layout für eine Website sein kann. Und ja, in naher Zukunft können wir davon ausgehen, dass dann das hier für uns eine Vorlage sein kann, wir danach eben diese Website entwickeln. Die einzelnen Grafiken, ich hatte ja schon mal was zu Logodesign gemacht. Die einzelnen Grafiken, die einzelnen Stockfotos, all das könnte man dann noch mit Mid-Journey generieren. Das haben wir schon alles behandelt. Und ja, dann haben wir eigentlich relativ direkt eine fertige Website, ohne dass wir allzu teure Grafiken gebraucht haben. Gut, in dem Sinne, ich hoffe, das ist es für die Webdesigner unter euch gewesen. Und ja, natürlich braucht man für Webdesign einen Haufen, Haufen Kreativität bzw. tolle Bilder. Und die können wir uns jetzt alle generieren. Gut, sagt mir gerne, was ich sonst noch covern sollte und was für euch auch noch wichtig ist. Wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.